Nur drei Stück für Panorama, ja. Ja, und da kannst du wirklich so einmal 360 Grad... Zack! Vier Stück kann ich machen, miteinander. Aber 360 kriegt er nicht hin. Ja, könnte man, aber ein Gantier kriegt man das. Ja, weil bei mir wird vorgegeben, wo ich halten muss. Ich hab dann den Rahmen drauf. Und da wird man genauso halten, wie dann der Rahmen kommt.